Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video stelle ich euch einmal das Benutzer- und Rechte-System von Foundry VTT vor. Wenn ihr Foundry das erste Mal startet, dann habt ihr eine relativ leere Welt, denn es gibt einen Game Master und das war's. Ihr wollt ja aber eure Spieler auf die Welt lassen. Und überhaupt, um Rechte zu vergeben, benötigt ihr einfach Spieler. Deshalb gehen wir hier in die Einstellungen und gehen einmal direkt in die Nutzerverwaltung. In der Nutzerverwaltung können wir neue Benutzer anlegen. Machen wir das, wird zum einen ein Nutzername generiert und automatisch die Nutzerrolle Spieler vergeben. Ich nehme jetzt mal drei Spieler. Wir könnten denen jetzt Namen geben. Ich bin da relativ unkreativ gerade, deshalb lasse ich sie so stehen. Das Passwort allerdings, da solltet ihr mindestens beim Game Master eins vergeben. Hostet ihr es permanent online, solltet ihr auch den Spielern jeweils ein Passwort geben und es ihnen dann mitteilen, einfach damit nicht Dritte oder so, die zufällig an eure Serveradresse kommen, sich mit irgendeinem Benutzer authentifizieren. Und selbst mit den Spielerrechten kann man schon so ein bisschen Quatsch machen. Also vergebt ruhig Passwörter. Die Nutzerrolle dahinter ist wichtig, denn das definiert, was die Leute können. Und ganz wichtig, ihr solltet gleichzeitig in einer Spielrunde nur zwei oder in einer Welt nur zwei Spielleitungen haben. Solltet ihr nicht, dass ihr nicht zwei Game Master anlegen könnt. Sie sollten aber nicht beide zeitgleich arbeiten, denn das kann zu Konflikten kommen, wenn sie in der gleichen Dingen arbeiten, den gleichen Akteur bearbeiten. Sonst kann das funktionieren, aber davor warnt Foundry auch, dass das nicht supported ist. Braucht ihr während des Spielens Unterstützung? Also ihr seid Spielleiter und es gibt einen Assistenten, gebt ihm die Assistentrolle bedenkt, aber er sieht auch dann alles und das könnte für ihn während des Spielens ablenkend sein, wenn er weiß, welche Szenen kommen oder so. Ich mache es so, wenn ich dann meine Spielleitung unterstütze, dann melde ich mich nur um, falls Handlungsbedarf ist, Sichtlinien nicht korrekt eingestellt sind, Musik verwaltet werden soll oder so. Dann gibt es noch Spieler und seriöse Spieler. Da könnt ihr unterschiedliche Berechtigungen noch mal abstufen in zwei Stufen. Das gucken wir uns aber gleich mal an. Standardmäßig habt ihr Spielleitung und Spieler und könnt die restlichen Rollen nach eurem Belieben vergeben. Bevor ich jetzt auf Speichern klicke, gucke ich einmal in Rechte anpassen, denn das sind die Rechte, die Foundry standardmäßig vergeben hat. Und wir erkennen hier oben schon die einzelnen Rollen wieder. Also hier seht ihr, was derjenige darf. Die Spielleitung ist noch mal ein bisschen besonders, weil die auch noch mal technische Berechtigungen habt, die ihr hier weder wegnehmen noch setzen noch sehen könnt. Also die hat noch ein paar Sonderrechte und soll natürlich auch am Ende alles können und bei der könnt ihr auch nicht alles wegnehmen, weil es auch einfach keinen Sinn macht und ihr euch dann selbst aussperrt. Grundlegend gibt es Datei durchsuchen. Das bedeutet, der Dateiexplorer kann geöffnet werden. Da könnt ihr überlegen, wenn ihr dort die Abenteuer und so weiter drin liegen habt, dass ihr das für die Spieler rausnehmt, weil sonst können sie auf ihren Charakterbogen auf das Porträt klicken und durch euren Image-Browser durch können. Da könnt ihr das Recht hier rausnehmen. Wenn seriöse Spieler euer Vertrauen genießen, könnt ihr es drin lassen. Erlaube Audio- und Videoübertragung ist wichtig, wenn ihr Audio-Video von Foundry verwendet. Das funktioniert nur mit Spielern, wenn diese beiden Haken gesetzt sind. Figurenkonfiguration ist die Tokenkonfiguration, in die sie dann reinkommen. Kartennotizen erstellen erzeugt Kartennotizen. Dieses Mauszeiger anzeigen. Ich weiß nicht, ich persönlich die aktiviere das immer. Dann seht ihr auf der Oberfläche, wo die Mauszeiger eurer Spieler sind. Das kann auch Vorteile haben, das zu sehen. Ich selber finde das unangenehm. Hier könnt ihr es deaktivieren. Ob sie Messschablonen erstellen können, könnt ihr kontrollieren. Ihr könnt sie auch neue Akteure erstellen lassen. Das heißt, wenn sie ihre Charaktere selber anlegen sollen, müsste ihnen diese Berechtigung geben. Neue Dateien hochladen, korrespondiert so ein bisschen mit Dateien durchsuchen. Da können sie auch neue Bilder und so weiter hochladen, wenn sie sich die Charaktere komplett selbst erstellen sollen und mit Portrait-Token ausstatten. Neue Figuren erstellen ist das Ziehen eines Akteurs auf die Szene. Wenn sie das selber können sollen, müsst ihr diese Haken setzen. Neue Items erstellen erklärt sich von selber. Genauso wie neue Notizbuch einträgliche erstellen. Das ist etwas, was ich immer setze, damit meine Spieler in Foundry dokumentieren können, wenn sie wollen. Private Nachrichten flüstern ist mit dem Slash-W-Kommando oder Modulen. Skript-Makros benutzen. Ob sie in der Makroleiste richtige Skripte ausführen können. Generell brauchen sie das eigentlich nicht. Da kann man auch ein bisschen was mit kaputt machen. Ich habe bisher aber kein Problem damit gehabt. Ich mache auch regelmäßige Backups. Ob sie die Spieleinstellungen ändern können, Türen öffnen und schließen können. Auch das könntet ihr nur seriösen Spielern geben und die anderen müssen immer zugucken. Weiß ich nicht. Die Zeichenwerkzeuge und Zeigeentfernungsmessungen zu anderen Spielern. Das könnt ihr komplett individuell festlegen und diese Einstellung findet ihr hier. Oder aber, wenn wir speichern und zurück in unserer Welt sind, findet ihr hier rechts oben unter Einstellungen anpassen die rechte Konfiguration. Da kommt ihr auch noch mal ohne, dass ihr in die Nutzerverwaltung geht, in diese Konfiguration und könnt sie speichern. Habt ihr das gemacht, habt ihr Spieler angelegt und die Rechte so konfiguriert, wie es euch im Moment passt, findet ihr hier unten links in der Spielerleiste durch einen Klick alle Spieler noch mal aufgelistet, die nicht online sind. Zu machen und dann werden nur Online-Spieler, die sich mit eurem Spiel verbinden, angezeigt. Kommen wir zum Rechte-System. Wir wollen ja jetzt, dass unsere Spieler ihre Charaktere zugewiesen bekommen. Ich nehme jetzt, damit ich keine komplette Generierung machen muss, drei Basis-Helden hier aus dem D&D-System. Das könnt ihr in jedem anderen System auch machen. Ihr legt Akteure an oder habt in dem System, welches ihr spielt, habt ihr bereits Akteure und ihr könnt in jedem dieser Bereiche unter Szenen, Akteure, Items, Journale, ich glaube sogar Roll Tables und Karten Rechte vergeben. Das machen wir, indem wir rechts klicken auf das jeweilige Objekt, egal was es ist, und Rechte anpassen öffnen. Dort werden dann alle Spiele angezeigt, die ich gerade angelegt habe, und es gibt verschiedene Rechte. Beschränkt, dann sehen sie nur ganz eingeschränkte Details und haben auch nur sehr wenig Interaktionsmöglichkeiten. Beobachter, da sehen sie schon relativ viel, und Besitzer, dann dürfen sie, gehört ihnen dieser Charakter. Also das heißt, Beiro wird jetzt zu Player 2. Man könnte noch, wenn die anderen Spieler in den Charakterbogen gucken sollten, Beschränkt oder Beobachter bei den anderen geben. Habt ihr hier Standard drinstehen, wird hier oben dieser Bereich verwendet, in dem im Moment nichts drinsteht. Das heißt, die hier haben das Recht nichts. Ich gehe jetzt nochmal auf Merrick, anpassen, Spieler 3, Besitzer und der letzte, dessen Namen ich kaum aussprechen kann, deshalb tue ich das hier nicht, nochmal Besitzer. Wenn die Spieler sich jetzt mit dem Spiel verbinden, und das machen wir einfach mal abmelden, Spieler 2, dann bekommen sie, wenn sie einen Charakter zugewiesen haben oder alle Charaktere, Akteure, die sie zugewiesen haben als Besitzer, bekommen sie bei der ersten Anmeldung hier unter Charakter auswählen, Angeboten zum Auswählen. Das können sie anklicken und speichern. Ich hatte es schon, dass meine Spieler nicht wussten, was sie hier tun sollen und haben das Fenster geschlossen. Da kommt ihr wieder hin, sowohl als Spieler als auch als Spielleiter, wenn ihr hier unten links wieder auf den jeweiligen Spieler klickt und in die Nutzerkonfiguration geht. Dort könnt ihr zum einen die Farbe festlegen, die eure Stiftfarbe festlegt, wenn ihr malt, wenn ihr pinkt auf der Oberfläche, das wird dann festgelegt. Hier unten in der Liste welche Farbe ihr habt und ihr könnt dann den Charakter auswählen, sodass, wenn ihr mit dem Spiel verbunden seid, ihr hier unten auch den Charakter zur Verfügung habt. Wir gehen noch mal ganz kurz zurück in den Spielleiter. Ich zeige euch noch mal, dass mit jedem anderen Objekt, was ihr hier habt, wir haben zum Beispiel ein Schwert von plus 1, auch hier die rechte Konfiguration setzen könnt, ehe ich Besitzer kann der Spieler hier in den Items das Schwert sehen und auch sich in den in den Bogen ziehen und auch verändern. Und bei den Journalen genau dasselbe. Wenn ich sage, Player 2 Notiz und gebe dem Player 2 die rechte Besitzer oder Beobachter, auch dann kann er darauf zugreifen, dass sehen Handouts zum Beispiel, richte ich über das rechte System ein, sobald ein Spieler oder mehreres finden, ändere ich die rechte Verweise auf die Journals und die Spieler können sich das angucken. Ich weiß, dass es dafür Module gibt, aber ich spiele da sehr gerne nah am D&D System. Bei den Berechtigungen kleiner Tipp, weil ich weiß, ich habe es schon abgedreht. Es gibt das Modul Permission Viewer. Das verlinke ich hier einmal im Video. Dann könnt ihr nämlich auch sehen, hier direkt per Indikator, welches Recht wo gesetzt ist, sodass man da ein bisschen schneller den Überblick hat, wer jetzt worauf Zugriff hat. Das waren die Konfiguration und Benutzereinstellungen. Habt ihr Fragen oder Anmerkungen, schreibt es mir in die Kommentare und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.